Hi, wir sind vom Kanal Manja Manja! Seid ihr bereit? Ja! 3, 2, 1, los! Wuhu! Leute, wir sind in Atlantis! Die Heimat der besten Rutschen der Welt! Heute den ganzen Tag ist der Park nur für uns geöffnet! Wuhu! Wir können jede Rutsche benutzen, die wir nur wollen! Weil wir allein sind! Es gibt mehr als 100 Rutschen! Wow! Ich habe eine Herausforderung für euch! Wer will die meisten Rutschen rutschen? Ich! Ich natürlich! Ihr müsst nicht mal mitmachen! Weil ich werde 100 Rutschen rutschen! Nein, ich! Alle von ihnen? 100 insgesamt? Ja! Wow, ihr seid verrückt, Leute! Los geht's! Los geht's! Wer ist der Erste? Dieser Wasserpark war größer, als ich ihn mir vorgestellt hatte! Ich musste viel laufen, um Zeit zu haben und viele Rutschen zu besuchen! Ich war am Anfang viel zu ängstlich! Dann kann ich mehr fahren! Oh, los geht's! Ich habe Angst! Hilf mir doch jemand! Kein ist der beste Tag meines Lebens! Wuhu! Wer hat sich diese Herausforderung ausgedacht? Ich habe versucht, hier zu stehen! Wow! Ich denke, diese Fahrt ist nicht so schlimm! Schauen wir mal! Auf welch sie gehen wir? Medusa oder Hydra? Hydra! Hydra! Okay, gehen wir! Abonnenten! Um wen macht ihr euch mehr Sorgen? Um Vanya? Manja? Mich? Oder Mama? Schreibt's in die Kommentare! Ich bin da! Okay, seid ihr bereit? Ja! Wer will erster sein? Ich! Wir warten auf grünes Licht! Los geht's! Wuhu! 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 Wir haben es geschafft! Noch eine Rutsche! Wir sind schwerer, deswegen sind wir zuerst angekommen! Sie sind leicht! Der Wasserpark war völlig leer! Und 24 Stunden lang nur für uns geöffnet! Oh nein, 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 nein! Da gehe ich nicht hin! Da gehe ich nicht hin! Nein, 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 nein! Da gehe ich nicht hin! Ich habe solche Angst! Wuhu! Wuhu! Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein! Auf Wiedersehen, Vater! Ich habe solche Angst! Wuhu! Habe ich die gruseligste Rutsche bekommen? Oh mein Gott, warum? Warum ist die nächste? Oh nein! Okay, okay! Oh nein! Oh mein Gott! Das war so gruselig! Wow! Wohin gehen wir als nächstes? Surfen! Die Surfen! Genau so! Los geht's! Ich mache das zum ersten Mal! Surfen ist Reiten auf einer Welle auf speziellen leichten Brettern! Wir müssen die Welle erwischen! Ich bin zum ersten Mal auf ein Brett gestiegen und ich glaube, ich war nicht schlecht darin! Wusstet ihr, dass der offizielle Rekord im Surfen auf einer Welle bei 3 Stunden und 55 Minuten liegt? Und die größte Welle wurde in Alaska verzeichnet! Sie war 524 Meter hoch! Ich bin bereit! Los geht's! Los, los, los! Übrigens, ein weiterer interessanter Fakt von mir! An der University of Claymouth in England kann man einen Bachelorabschluss im Surfen machen! Das ist nur noch an drei weiteren Universitäten auf der Welt möglich! Ich denke, dass ich nach dem heutigen Tag alle diese Abschlüsse problemlos erhalten kann! Ich bin ein großartiger kalifornischer Surfer! Fantastisch! Jetzt bin ich dran! Das hat mir nicht gefallen! Das Brett rutscht immer weiter weg! Man kann vor lauter Wasser nichts mehr sehen! Nein, Surfen ist definitiv nicht mein Ding! Jungs, fahrt ohne mich! Und einmal haben mich die Wellen sogar aus der Rutsche geschleudert! Ich habe es nicht mal eine Minute geschafft! Ich habe den Eindruck, dass Vanya der Beste war! Er bekommt also die meisten Punkte! Abonnenten, was denkt ihr? Wer ist der beste Surfer unter uns? Vanya, Manja, Papa oder ich? Derjenige, der mehr Stimmen erhält, bekommt zusätzlich Punkte! Jetzt möchte ich vor den Sprungtürmen springen! Ich auch! Los geht's! Ihr habt keine Angst? Nein! Also ich habe Angst! Wohin soll ich gehen? Mädchen auf der linken Seite, Jungs auf der rechten Seite! Das ist gut! Drei, zwei, eins! Ah! Ich habe es geschafft! Das rückt mir zehn Punkte! Wow! Drei, zwei, eins! Juhu! Auf dem Gelände des Wasserparks in der Ambassador Lagune leben mehr als 65.000 Meeresbewohner! Das ist einfach so unglaublich! Wir sind so nah dran hier! Was ist eine lange Flosche? Er lächelt! Schaut, er lächelt! Sollen wir nun weitermachen? Der nächste Schritt ist die Fahrt mit Haien! Habt ihr Angst? Oh ja, ich auch! Ich bin zu alt für so etwas! Ich bin müde! Oh no! Aber es ist völlig sicher! Alle werden hinter Glas sein! Aber ganz nah! In solchen Momenten kommt es mir vor, als befände ich mich mitten in einem echten Märchen! Haie, Rochen, bunte Fische, alles ganz nah! Das habe ich noch nie gesehen! Das war cool! Viele Haie gibt's da! Wo ist Papa? Wo ist Papa? Ich bin da! Los geht's! Los geht's! Bei dieser Rutsche beschloss Manja, mit uns herunterzufahren! Und das bedeutet, dass wir alle einen Punkt bekommen! Juhu! Nein, wartet! Ich will gewinnen! Gib mir mehr Punkte! Leute, das ist die höchste Rutsche in dieser Gegend hier! Und fast 40 Meter lang! Wer will damit rutschen? Du! Ich? Nur ich? Ja, ja! Okay! Los geht's! Los geht's! Los geht's! Los geht's! Los geht's, meine Liebe! Los geht's! Wir sehen uns unten! Oh no! Natürlich! Wer sonst wäre so eine gruselige Rutsche gefahren? Natürlich Papa! Yay! Boah! Papa war hier! Auch da gehen wir! Gewichtstest! Grünes Licht! Wir dürfen rutschen! Ja! Los geht's! Nein, nein! Warte! Ich glaube, ich habe meine Meinung geändert! Halt! Ah! Juhu! Go, go, go! Die zählen auch hier! Ja! Los geht's! Ja! Plus eins! Manja, das ist keine Rutsche! Aber das ist eine Stange! Okay, lass uns hochklettern! Plus eins! Das ist ein Eis mit Wasser! Aber wann? Wir werden gehen? Plus eins! Ja! Ja! Plus eins! Gehen wir zu dieser Rutsche? Nein, ich werde nicht hingehen! Das ist nur für Kinder! Okay, für mich! Plus eins! Plus eins. Plus eins. Gehst du zur Kinderrutsche? Ja. Es zählt. Ja. Okay, gehen wir. Kann ich dorthin gehen? Oh nein, Größenbeschränkungen. Ich habe eine Idee. Oh nein. Hör zu. Nun, wir können auf jeden Fall mit dieser Rutsche fahren. Schaut mal, wir sind so klein. Können wir jetzt rutschen? Nein. Okay. Aber wir haben noch viele andere coole Rutschen. Wow. Schaut Kinder, hier gibt es fast 23 Rutschen. Aber die meisten davon sind nur für Kinder. Aber wir können es versuchen. Los geht's. Ich werde diese Challenge auf jeden Fall gewinnen. Plus eins. Nein, das werde ich. Nein, ich werde das. Ich bin älter und schneller. Ich habe mehr Geschicklichkeit. Nun, das werden wir sehen. Ich werde mehr Rutschen besuchen. Mama und Papa sind definitiv im Rückstand. Die ganze Familie. Jeder bekommt Punkte. Ich glaube, ich muss Punkte für Charisma hinzufügen. Juhu. Juhu. Wow. Natürlich. Wieder die gruseligen Rutschen. Ich hatte solche Angst. Oh mein Gott. Oh, ich habe noch eine gefunden. Los geht's. Diese hier. Oh Leute. Wer will rutschen? Du und du. Welche willst du? Lila, Lila, Lila. Du hast die Rute. Los geht's. Wow. Jetzt sind wir vorbereitet. Nicht das schon wieder. Nein. Es ist nur für die Kleinen. Ich gehe auf die Kinderrutsche. Plus eins. Lass mich dir helfen. Ups. Ihr habt nichts gesehen. Liked und abonniert unseren Kanal. Vanya Manja. Vanya Manja. Jey. Regen. Plus eins. Leute, hier geht's rund. Die Jungs gegen die Mädchen. Gewonnen. Plus eins. Nein. Wir haben gewonnen. Wow. Was für eine Rutsche. Für diese Rutsche brauchen wir kleine Kinder. Nächstes Mal nehmen wir Liosha und Dascha mit. Mach ich das so richtig? Was seid ihr, Abonnenten? Plus eins. Plus eins. Seht ihr das hier? Wenn ihr drüber seid, dürft ihr nicht rutschen. Und wenn ihr kleiner seid, dürft ihr rutschen. Ich bin so groß. Darf er rutschen? Nein, du darfst leider nicht rutschen, okay? Los geht's. Eins, zwei, drei, los. Zu viele rutschen, auf die ich nicht darf. Ich werde diese Challenge verlieren. Okay. YouTube. Abonnieren. Lasst uns eine Challenge machen. Wer will erster sein? Ich, ich, ich. Ich? Okay, ihr beide, ihr beide. Das ist schnell. Zwei, drei, los. Es gibt ein drei Meter hohes Ende. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Aber es ist so wichtig, dass man sich manchmal erlaubt, ein Kind zu sein. Im Moment zu sein. Sich selbst herauszufordern. Um deiner Familie nahe zu sein. Sich zu freuen, zu lächeln, zu lachen und wieder zu lachen. Unser Leben ist auf solche Momenten aufgebaut. Fühle das Leben nur mit schönen Emotionen. Ich bin sogar bereit, meine Punkte für diese Rutsche an Manja und Vanya zu verschenken. Wegen ihres schönen Lächelns und ihres Mutes. Und ich kriege einen Punkt von euch Abonnenten. Denn ich bin der beste Kommentator. Oder, Leute? Was ist mit diesem Fluss, Leute? Ja. Ist das okay? Ich stehe mir zu. Los geht's. Wir sind bereit. Los geht's. Los geht's. Was glaubt ihr, wie viel diese Fahrt geben wird? Fünf? Zehn Punkte? Oder vielleicht sogar zwanzig? Oder null? Warum null? Sie ist lang, sie macht Spaß und hier ist es nass. Also drei dafür. Ja, genau. Wahnsinn. Wahnsinn. Wow. Wow, das macht so viel Spaß. Oh, Vanya, schau mal. Die Mädchen schlafen schon fast. Sie werden den ganzen Spaß verpassen. Ich werde nichts auslassen. Schaut. Ich denke, wir können einen weiteren Punkt für diese Wasserfülle da hinzufügen. Los, los, los. Aber wer hat gewonnen? Überprüfen wir die Ergebnisse. Und der Gewinner ist... Vanya. Ja. Und der Hauptpreis ist... Was denkst du? Burger? Nein. Milkshakes? Nein. Ein ein Meter langer Hotdog. Komm. Oh mein Gott. Gefällt dir der Preis? Ja. Du musst jetzt das alles hier essen. Das ist ja eher wie eine Strafe und kein Preis. Wow. Ich werde ihn mit euch teilen. Danke, danke. Lecker? Yay. Vergesst nicht, dieses Video zu liken und Vanya, Vanya zu abonnieren. Auf Wiedersehen. Großartig. 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 Großartig.